Servus Leute, schön dass ihr reingeklickt habt in ein weiteres Test Drive Unlimited Solar Crown Video und ich möchte in diesem Video wieder mal ein bisschen meine Meinung zum Spiel sagen, aber aus einer etwas anderen Perspektive denn es geht mir jetzt nicht nur darum nochmal zu sagen, was hat mir gefallen, was ist vielleicht noch grenzwertig das habe ich ja im letzten Video, im ersten Eindruck, im richtig großen ersten Eindruck bereits getan wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne oben mal reinklicken denn da gehe ich auf einige Aspekte ein, die ich für wichtig halte und ich sage, ob sie gut sind oder eben noch nicht so gut in diesem Video möchte ich einen anderen Weg wählen und zwar möchte ich einfach mal ein bisschen darüber quatschen ein paar Minuten, dass ich das Gefühl nicht loswerde, dass Gamer heutzutage, zumindest hat das den Anschein kein Spiel mehr akzeptieren, wenn es nicht absolut top notch ist, wenn es nicht absolut over the top ist ansonsten hat es irgendwo Schwächen, ist es automatisch totaler Müll und nicht mehr spielenswert das ist absolut nicht meine Meinung, denn ich sehe das auf jeden Fall deutlich differenzierter ich verstehe aber, dass natürlich jeder seine Präferenzen hat und verschiedene Dinge jemandem wichtig sein können der eine legt extremen Wert auf grafische Qualität, auf die Technik, der andere vor allen Dingen auf das Gameplay der dritte vielleicht auf die Spielwelt oder auf die Menge der verschiedenen Fahrzeuge, auf die verschiedenen Renntypen also da gibt es bei Rennspielen, gerade bei Open World Rennspielen, eine ungemein große Menge an Sachen die jemandem sehr wichtig sein können und was dann an zweiter Stelle, dritter Stelle steht und so weiter und danach sortiert man, mal bewusst, mal unbewusst glaube ich, für sich die Spiele und sagt dann ist das für mich spielenswert oder nicht und das ist auch vollkommen okay, also nicht, dass ihr mich falsch versteht ich will damit nicht sagen, jeder soll gefälligst jedes Spiel mögen, weil natürlich kann man einige Spiele mögen manche nicht so sehr und sagt, ach ja, ich guck mal, vielleicht wenn es billiger wird, weil das ist mir jetzt kein Vollpreiswert dementsprechend möchte ich jetzt niemanden hier stigmatisieren, der einfach sagt, Test Drive Unlimited gefällt mir einfach bis jetzt absolut gar nicht, dann ist das vollkommen okay leider habe ich aber das Gefühl, erstens stützt sich diese Aussage von vielen Leuten lediglich darauf dass sie oftmals noch nicht mal das Spiel gespielt haben und selbst wenn, dass sich das darauf stützt die Technik ist nicht so gut, das Spiel sieht aus wie 2012, das Spiel sieht aus wie PS3 was auch immer die Leute dann sagen, mal mehr, mal weniger überspitzt aber ich finde, ich finde das seltsam, muss ich euch wirklich sagen, weil ich habe einen Ansatz von meinem besten Freund vor wenigen Tagen gehört da haben wir uns nämlich zufälligerweise über Videospiele unterhalten er sieht das Ganze eh lockerer, weil er zockt Videospiele, aber halt gelegentlicher der ist also nicht so, nicht so krass involviert wie ich und wie viele von uns eben aber auch er kennt die Thematik, ich erzähle ihm da regelmäßig von, dass ich da auf dieses Test Drive Bock habe und dass die Leute das aber kritisch sehen und so weiter und so weiter und er sagte, er hat auch das Gefühl, die Spieler kennen nur noch entweder AAA mit dem absolut beeindruckendsten Inhalt insgesamt, also grafisch und spieletechnisch und umfangstechnisch und so weiter oder es muss ein Indie-Spiel sein, was dann am Ende nur 20 Euro kostet und dazwischen gibt es nichts, weil alles was dazwischen ist, ist zwangsläufig kacke ich überspitze das jetzt natürlich ein bisschen, aber zumindest hätte ich den Eindruck gewonnen aus den letzten Wochen und Monaten der zweite Punkt, warum die Leute sagen, das Spiel ist kacke ist oftmals einfach nur, dass sie das aus dem Internet so mitkriegen die kriegen eine Meinung mit, die leben in ihrer Bubble das habe ich auch bei anderen YouTubern übrigens jetzt mehrfach gesehen die ähnlich sind wie ich, in der Hinsicht, dass sie sagen, naja man kann dem Spiel ja mal eine Chance geben das ist nicht für jedermann, das Spiel hat seine Schwächen aber es hat dann auch seine Stärken und es kann halt Spaß machen, einfach mal wieder ein anderes Rennspiel zu spielen und da gibt es dann einfach viele Leute, die sagen nee, warum sollte ich, ich habe doch Forza Horizon oder warum sollte ich, ich habe doch The Crew Motor Fest was auch immer, ja, aber vor allen Dingen Forza Horizon ist ja für viele so ein Beispiel, weil gerade auf PC und auf der Xbox ist das, ich sage ich mal so von den Open World Arcade-mäßigen Rennspielen auf jeden Fall die Nummer 1 das muss man ja irgendwo sagen und daran messen sich viele Spiele oder eigentlich alle Rennspiele, auch wenn Test Drive hier größtenteils einen anderen Weg geht aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, und das sagen wie gesagt andere YouTuber habe ich das auch schon mitbekommen, sagen das auch dass die dann in ihrer Bubble sind und sagen, das ist meine Nummer 1 und ich spiele nichts anderes so nach Motto, ich habe jetzt ein Konkurrenzprodukt aber das ist doch ähnlich, nur schlechter warum soll ich das dann spielen kann man auch so sehen, kann ich ebenfalls für mich persönlich absolut nicht nachvollziehen weil ich mir denke, warum sollte ich jetzt ein Jahr, zwei Jahre drei Jahre, das gleiche Spiel spielen wenn ich doch ein anderes Rennspiel auch mal spielen kann was einfach mal andere Autos bietet eine andere Spielwelt bietet vielleicht neue Renntypen ein paar andere Spielideen und selbst wenn nichts davon komplett neu ist aber es ist halt einfach ein anderes Spiel mal wieder also ich bin da einfach echt Oldschool ich verstehe Leute nicht, die dann lieber den 20. DLC nehmen die das Spiel aber immer nur minimal verändern als einfach zu sagen ey, ich wirst dir lieber ein paar Euro und hab ein richtig neues Spiel und wie gesagt wenn jemand aber der Meinung ist Grafik ist mir absolut zu wichtig und die ist bei Teststripe nicht gut genug dann kann man das so sagen ich finde das nur grenzwertig wenn die Leute sofort das 20-fache übertreiben müssen und sagen die Grafik ist total scheiße oder absolut hässlich oder eben PS3 Niveau weil das stimmt so einfach nicht die Grafik ist nicht auf dem höchsten Level und gerade Performance mäßig ist das natürlich krass weil die Engine scheint sehr performance raubend zu sein was das Problem auch auf PC eben darstellt weil super Hochleistungs-PCs nötig sind um das auf höchsten Qualitätsstufen zu spielen das ist natürlich ein bisschen absurd wenn man im Umkehrschluss so ein Forza Horizon hat was mit weniger krassen PCs gut aussieht dem widerspreche ich auch nicht dass das Spiel da seine Probleme hat aber trotzdem ist das Spiel einfach nicht hässlich und ich wiederhole mich gerne was ich schon in mindestens ein oder zwei anderen Videos gesagt habe wenn ihr wirklich glaubt so sahen PS3 Spiele aus Leute guckt euch die PS3 Spiele nochmal an ihr werdet schockiert sein wie schlecht die damals aussahen und Test Drive Unlimited Solar Crown sieht definitiv besser aus ich muss aber auch sagen natürlich hat das Spiel seine Marke und wie gesagt deswegen verstehe ich wenn einer sagt grafisch ist mir das zu wenig ich kann auch verstehen wenn einer sagt die Spielwelt ist mir zu langweilig die ist mir zu klein oder da ist mir alles zu monoton oder ich mag links fahren einfach nicht ich kann damit nichts anfangen das nervt mich total ja ich werde damit nicht warm schade aber kann ich nachvollziehen versteht ihr worauf ich hinaus will dieses differenzierte betrachten und argumentieren ist auch vollkommen legitim damit kann ich auch wunderbar leben weil dann kann man sich austauschen und dann weiß ich auch woran ich bin und was ihr für Stärken oder für Schwächen eventuell einfach seht aber ich habe einfach das Gefühl bekommen wie gesagt in den letzten Wochen wieder sehr verstärkt wir akzeptieren das nicht mehr dass ein Spiel einfach auch also es gibt nur noch dieses Niveau und mit etwas Glück darf es so ein bisschen drunter sein aber wenn das Niveau nur noch im Mittelfeld ist dann ist das komplett scheiße und komplett tot ja dazwischen gibt es keine Meinung im Sinne von ja mich spricht es nicht so an ja oder für mich ist das nichts ne dann muss das sofort extrem runtergemacht werden und ich finde das einfach schade dass man dann immer gegen alles so negativ schießt ich kann das nicht nachvollziehen und ich habe auch da eine kleine Anekdote denn mein ältester Sohn der ist gerade mal sieben Jahre alt spielt natürlich noch nicht so viele Spiele aber er zockt ganz gerne mal ein Rennspiel gerade Open World weil er da gerne einfach rumfährt er fährt keine Rennen er findet es einfach toll ein bisschen rumzufahren er kennt also auch unter anderem Need for Speed er kennt auch The Crew Motor Fest ähm und hat jetzt auch Test Drive Animated Solar Crown gesehen und durfte da auch einmal eine kleine Runde drehen und ich will euch einfach nur sagen er setzt halt nicht bei allem voraus dass es immer perfekt ist sondern er kann mit allem etwas anfangen kann sich darauf einstellen und findet Wege damit Spaß zu haben weil das seine Intention ist ich habe ein Spiel und ich will daran Spaß haben weil ich freue mich mit einem Auto rumfahren zu können und wisst ihr was er unter anderem gesagt hat auf meine Frage was findest du für den ersten Eindruck auch optisch irgendwie besser gefällt dir The Crew Motor Fest besser oder Test Drive und dann hat er gesagt ich finde das Test Drive besser das sieht irgendwie aus wie eine echte Stadt ich finde die Farben hier irgendwie realistischer ich habe das Gefühl ich war hier wirklich Auto und das finde ich witzig weil er genau das sagt was eigentlich die Test Drive Unlimited Fans ja eigentlich sich wünschen dass sich das Spiel damit auch abhebt dass man das Gefühl hat in so einer etwas realistischeren Welt unterwegs zu sein keine Frage hat diese Welt ihre Schwächen gerade wenn man bedenkt wie wenig Gegenverkehr momentan zu sehen ist und dass es keine Passanten gibt das halte ich zwar auch für übertrieben das als K.O. Kriterium zu nehmen aber ich verstehe dass das für den Realismus und für die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall zuträglich wäre faszinierend finde ich aber dennoch dass derjenige der absolut ohne große Erwartung rangegangen ist und eben nicht in allem versucht zu sehen was schlecht ist sondern er versucht mit allem Spaß zu haben komischerweise erstaunlich viel Spaß mit dem Spiel hat und alle anderen nur am Meckern sind vielleicht sollten wir uns tatsächlich eine Scheibe von jungen Kindern abschneiden denn ich glaube die machen es richtig die wollen einfach mit einem Videospiel ein bisschen Spaß haben und mit dieser Erkenntnis lasse ich euch jetzt alleine ihr könnt mal darüber nachdenken vielleicht reflektiert ihr das und denkt euch na stimmt das trifft auch auf mich zu manchmal bin ich vielleicht ein bisschen zu kritisch aber vielleicht sagt ihr auch ist mir doch egal ich bleibe dabei das Spiel ist nichts für mich und ich bleibe auch weiterhin so kritisch wie ich immer bin was auch immer ihr denkt schreibt es mir gerne in die Kommentare lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann hoffe ich sehr dass wir uns bald wiedersehen macht's gut Leute und dann schreibt es mir gerne dann schreibt es mir gerne